So, Freunde, nochmal ein kurzes Erklärvideo, weil einige, wenn ich mit den Zocken, immer fragen, wo das und das ist. Und zwar geht es heute um die Aufgabe, finde die Blackbox. Hier um die Aufgabe, finde die Blackbox des abgestürzten Flugzeugs. Dazu landet ihr hier bei Coral Castle rechts unten auf der Insel. Hier ist nämlich das abgestürzte Flugzeug. Und genau das hier ist die Blackbox. Dann hat er die Aufgabe abgeschlossen und bekommt 20k xp. Ja, das ist die Aufgabe. Lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat, abonnieren, Glocke nicht aktivieren und sowas, wenn es dann wieder kommt. Nicht zu verpassen. Und dann bis zum nächsten Video oder Livestream.